Dieser Fiat verdient sicherlich Ihre Aufmerksamkeit. Er hat einen Benzinmotor und ein manuelles Getriebe. Dieses Auto ist unter anderem mit einer Klimaautomatik, einem Regensensor und einem Bordcomputer ausgestattet. Wenn Sie möchten, können Sie eine Probefahrt mit diesem Fiat machen. Rufen Sie uns an, um einen Termin zu vereinbaren. Untertitelung des ZDF, 2020